Beim letzten Mal haben wir hier die Sith zerstört, die hier an diesem Kampffeuer waren. Ich hoffe, es ist gerade nicht zu dunkel, das Spiel. Warte, ich muss nochmal kurz... Tja, neue Programme, da muss ich ein bisschen zurechtkommen, mich zurechtfinden. Aber ja, hey, hey, leveln. Giovanni mache ich automatisches Levelaufstieg. Wer kann noch leveln? Wir können nicht leveln. Raylina heißt mein Charakter. Und Bastille können wir auch nochmal aufleveln lassen. Mache ich auch automatisch. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ha. Überreste, ich glaube, die habe ich aber schon durchsucht. Loot, 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 loot. Ah, nee. Die habe ich übersehen gehabt. So, reden wir mal mit ihm. Boah. Achso. Nee, 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 nee. Ich würde... Momentan will ich noch nicht nach oben. Ich komme später wieder. Okay. Ich dachte... Ich dachte... Okay. Gut, gut. Äh... Schnell speichern wir diese Taste. Perfekt. Iron Max, servus. Willkommen. Willkommen. Network Gaming, willkommen. Und Juno, bye, bye. Schön, dass du dabei warst. Was ist ein Tag? Lähmung. Ein Katan. Katane. Attacke. Große Attacke. So. Was für Fußballfan bin ich? Ich bin, äh... Ich bin FC Bayern-Fan. So. Huh. Hau rauf. Hau rein. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Gleiche. Okay. Bei dir kommt es gut. Sehr schön. LightEye, servus. Willkommen am neuen PC. Am PC. Ah, 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 ah. Huch. Habe ich schon alles genommen. Ah, ja. Ähm. Stimmt, man kann ja nicht nach oben oder nach unten schauen. Äh, wirklich? Ich kann in diese Leiche nicht vorbeilaufen. Naja. Tach auf. Huch. Was macht denn der Jedi hier? Wann stirn dich diese verdammten Kämpfe? Pass auf. Im Unterholz verstecken sich noch mehr dieser Bieste. Okay. Äh. Dachtest du als Kind, dass du 16.094 Abo haben wirst? Äh, nein, dachte ich nicht. Daran, das habe ich nie gedacht. Nee. Kommt Drachenbursche? Ich weiß es nicht. Kommt er? Vielleicht schaut er in den Chat vorbei. Ich weiß es nicht. Wird er es tun oder nicht? Das ist die Frage. So, äh, wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ich bin Jolie. Jolie Bindo. Komm mit in mein Lager. Dort können wir reden. Ja, Max. Ich habe auch jetzt ein neues Programm und das hat überhaupt keine, macht momentan überhaupt keine Zicken. Äh, das ist wunderschön. Ah. Neues Programm und läuft einfach einwandfrei und hat so viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Und ich freue mich gerade richtig. Ich hoffe, es sieht auch gut aus im Stream. Ich hoffe, das sieht alles brillant aus. Auch wenn es nur 480p sind, die ich momentan maximal streamen kann. Ich hoffe, es sieht brillant aus. So. Boah, ist ja Mönchengladbach. Ja, die Meisterfeier richtig schön versaut. 1-1. Das war gut. Das war sehr gut. Grüße, Jeremias. Grüße an dich. Nächste Woche Meister. Ist nächste Woche ein Heimspiel eigentlich? Ich weiß es nicht. Äh. Okay. Das werde ich. Aber erklärt mir, was ihr macht. Hier. Hm. Warum bin ich hier? Sicher nicht wegen des Gestanks, toter Kinrath. Aber reden wir meinem Lager weiter. Dort ist die Luft besser. Bleibt hier. Es ist hier in der Nähe unter einem Baum. Tja. Ich lebe wie ein Maulwurf. Ich habe gegen die Sith gekämpft. Und das ist aus mir geworden. Hm. Schade. Ich freue mich über ein gutes Programm. Ja, das stimmt. Servus Fabian. Was finde ich besser? Batman oder Star Wars? Ähm. Star Wars. Ja doch. Star Wars. Wieso und wann ich mit YouTube angefangen habe? Ich habe im März 2013 angefangen mit YouTube. Äh. Weil ich es einfach mal machen wollte. Ich hatte schon. Als Jugendlicher. Habe ich auf YouTube viel Guitar Hero Videos geschaut. Damals wollte ich schon Videos hochladen. Konnte es aber nicht. Oder habe mich nicht genug damit beschäftigt. Und dann aber 2013 habe ich mir gesagt. Da habe ich auch viel Gronkh schon geschaut gehabt. Da habe ich mir gesagt. Ja komm machst du. Meine primären Motivatoren sind Funktion und Ty... Fehler. Wiedergabe. Ursache der Fehlfunktion. Wiedergabe. Ich verstehe das nicht. Der Händler hat gesagt, dass es hier unten Ersatzteile gibt. Vielleicht findet Metten mit seinen Sensoren was. Wiedergabe. Wenn er wieder da ist, werden wir... Warte. Ich empfange was. Oh, es ist Eli. Gut. Vielleicht kann er uns helfen. Wiedergabe. Eli. Was zur... Ich habe dir dein Geld gegeben, du hinterhältige Ratte. Wir hatten eine Abmachung. Okay. Äh. Was ist passiert? Wiedergabe. Ich verstehe das nicht. Der Händler hat gesagt, dass es hier unten Ersatzteile gibt. Vielleicht findet Metten mit seinen Sensoren was. Wiedergabe. Wenn er wieder da ist, werden wir... Warte. Ich empfange was. Oh, es ist Eli. Gut. Vielleicht kann er uns helfen. Wiedergabe. Eli. Was zur... Ich habe dir dein Geld gegeben, du hinterhältige Ratte. Wir hatten eine Abmachung. Oh. Es wurde gefragt, in welcher Stadt ich wohne, beziehungsweise lebe ich. Lebe in München. Schönste Stadt der Welt. Meiner Meinung nach. Was würde ich tun, wenn die Welt untergeht, aber du kannst dazu beitragen, sie zu retten? Dann würde ich sie natürlich retten. Natürlich. Wen empfinde ich besser, Jedi oder Sith? Hm. Ich mag Jedi, aber ich mag deren Glauben sozusagen nicht, deren Richtlinien. Aber ich mag auch das... sozusagen das Kröbel der Sith, aber ich mag nicht, dass man als Sith böse sein muss. Also so ein Mittelding wäre halt schon... Nice. Wie alt bin ich? 23 und ich habe keine Freundin. Nö. Du bist besser als ich? Das ist schön. Das ist schön. Wenn man von sich selber behaupten kann, man ist besser als jemand anders. Das ist immer schön und überhaupt gar nicht hochnäsig oder so. Nö. Habe ich in der Schule gerne gesungen? Ja. Ich war im Schulchor. Ich war... Ich singe unglaublich gerne im Schulchor. Beziehungsweise habe. Mittlerweile war ich einmal in einem Chor in der Uni. Aber momentan bin ich in keinem Chor. Drehnähen. Aber ich singe gerne im Chor. Alleine so, alleine so. Ich weiß nicht. Nicht wirklich, aber im Chor sehr gerne. Ich war noch nicht Fallschirmspringen und ich habe extreme Höhenangst und deswegen werde ich auch nicht Fallschirmspringen. Danke, Neo-Ratte. Grüße zurück aus München nach Limburg. Bayern spielt auswärts nächste Woche. Das heißt, nicht so tolle Meisterfeier nächste Woche. Der Stream hängt fest. Oh. Haha. Der Stream, ich meine der Chat. Danke, danke, dass du es gesagt hast. Was mir auch noch nicht passiert. Okay. Blub. Ich hoffe, der bleibt jetzt aktuell. Klunk. Mag ich Drachenbursche? Natürlich. Ich weiß nicht, warum der jetzt gehangen ist. Ich kann es nicht sagen. Ah, blöd. Ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Äh, ja. So, äh, mag ich Drachenbursche? Ja, ja, ja. Bis später, Geralt. Ich kann sie retten, aber muss dafür zwar mein Leben riskieren. Unglaublich Schmerzuntertragung und verlierst sogar einen Körperteil. Trotzdem würde ich die Welt retten. Äh, was ist passiert? Ich verschrotte dich und nehme mit, was ich tragen kann. Äh, was ist passiert? Wiedergabe. Ich verstehe das nicht. Der Händler hat gesagt, dass es hier unten Ersatzteile gibt. Okay, das ist dasselbe nochmal. Wiedergabe. Wenn er wieder da ist, werden wir... Warte. Ich empfange was. Oh, es ist Eli. Gut. Vielleicht kann er uns helfen. Wiedergabe. Eli. Was zur... Ich hab dir dein Geld gegeben, du hinterhältige Ratte. Wir hatten eine Abmachung. Äh, der Stream ist nicht aktuell, weil momentan die sozusagen, der Stream ist nie wirklich aktuell, sondern hängt 30 Sekunden hinterher. Äh, deswegen... Äh, deswegen... Das wird er wahrscheinlich morgen in den Drabo-News sagen. Ja, ja. So, ähm... Ich verschrotte dich und nehme mit, was ich tragen kann. Primärsystem wird beendet. Fehler. Ja. Okay. Wow. Bumm. Dann müssen wir uns erstmal wieder heilen. Kommt heute noch Battlefront? Nein, Battlefront kommt erst wieder ab dem 3. Mai. Am 3. Mai kommt wieder eine Battlefront-Folge. Aber dann eine, die es in sich hat. Mixi, servus. Ich bin hier. So, ähm... Droiden oder Klone? Ich find Klone besser. Jolie. So, willkommen in meinem bescheidenen Heim. Mach's dir bequem. Wir haben einiges zu besprechen. Ähm... Hätte ich gern mehr Abos als Drachenbursche. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich mag's so klein zu sein. Weiß nicht. Ich muss nicht unbedingt so viel mehr wachsen. Ich mag das so, diese kleine Kreis. So. Wir sind hier alle... Kleiner Kreis. Alle nett hier. Ich muss nicht unbedingt groß werden, um dann... Leute in den Kommentaren zu haben, die anfangen zu beleidigen. Was war mein Lieblingsspiel als Kind? Oh, das ist sehr gut. Das ist... Oh, da gab's mehrere. Oh. Es gab ein 101 Dalmatina-Minigolf-Spiel, was ich... Mit einem Kumpel von mir und meiner Schwester und mit... Seiner Schwester... So viel gespielt hab. So viel. Und so viele andere Spiele, die halt heute einfach nicht mithalten könnten. Ja. Christina, servus. Willkommen. Evil Chicken. Willkommen. Ich soll mal andere Live-Streams machen. Ich mach jetzt erstmal hier Knights of the Old Republic fertig, ne? Wahrscheinlich nicht heute, aber... Demnächst. Danach mach ich Half-Life fertig. Danach mach ich Pokémon fertig. Und dann kommt endlich mal ein neuer Stream. Klone gewinnen gegen Stormtrooper. Ja, wahrscheinlich, weil Stormtrooper ja nicht treffen kommen. Hab ich ein Fitbit? Ich weiß nicht, was das ist. Sorry. EHC oder Fußball? EHC. Eindeutig. EHC. Keine Frage. Ein Zelda-Teil. Zelda hab ich tatsächlich überlegt, im Stream zu machen. Nicht so als LP, sondern so im Stream. Weil das kann man gut als Stream machen, würd ich sagen. Also das hab ich auf jeden Fall im Hinterkopf, Zelda. Äh... Schmeichle mir nicht. Ich bin nicht dein Meister. Ich bin nur ein alter Jedi, der schon zu lange in den Wäldern lebt. Meine ruhmreichen Tage sind Vergangenheit, aber... Vielleicht kann ich dir helfen. Du hast doch sicher Fragen. Äh... Ich möchte mehr über euch wissen. Ah, was soll ich dazu sagen? Jolie Bindo ist ein verrückter alter Mann in den gefährlichen Wäldern. Das reicht mir. Äh... Linn 16 Plus werde ich nicht löschen. Weil... Keine Ahnung. Wenn ich mal einen Zweitkanal brauche, dann hab ich ja schon einen Zweitkanal. Da muss ich mir nicht noch einen neuen Namen suchen. Oder irgendjemand nimmt Linn 16 Plus weg. Ne, 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 ne. Das passt schon. So, eine Sportuhr mit Pulsmessen und andere Sachen. Ne, hab ich nicht. Hab ich nicht. Ich hatte mal Katzen, ja? Super Mario werde ich wahrscheinlich nicht machen. Vielleicht in einem Stream. In einem Stream kann man so viel mehr Spiele machen. Das ist... Einfach schön. Oh, im August hab ich so viel Zeit zum Streamen, Leute. So viel Zeit. Imperator oder Darth Vader? Darth Vader. Euch jemanden liebe? Ähm... Ja, meine Schwester. Meine Mutter. Ziemlich, ja. Äh... Egal, ich mach mal mein Spiel weiter. Aber ihr setzt ein Laserschwert im Kampf ein. Ihr seid ein Jedi. Ja, und? Muss ich nur, weil ich ein Jedi bin, spannende Geschichten über die guten alten Zeiten erzählen? Warum sollte ich andere mit Geschichten aus den guten alten Zeiten langweilen? Ich habe beide Seiten der Macht erlebt. Und ehrlich gesagt machen mir beide Extreme Angst. Natürlich fühle ich, dass sich die Dinge verändern. Ich fühle, dass ihr der dunklen Seite der Macht widersteht, alter Mann. Ihr seid ein Diener des Lichts, egal was ihr behauptet. Keine Sorge. Meine Welt ist eher grau als schwarz oder weiß. Ich bin nichts weiter als ein störrischer alter Mann. Musste ich mal wegziehen und hab mich nicht gefreut. Äh, nee, ich bin bis jetzt in meinem Leben einmal umgezogen. Und das auch nicht wirklich weit. Ich bin eine Kreuzung, zwei Kreuzungen weitergezogen. Also, ich bin noch nie wirklich groß umgezogen. Äh, würdest du auch mit anderen YouTubern LPs machen oder Freundschaft schließen? Kommt drauf an. Kommt drauf an. Luke oder Han? Luke. Luke. Ähm. Hör. Star Wars Battlefront oder Star Wars Republic Heroes? Republic Heroes habe ich nie gespielt, aber ich schätze mal... Ich weiß, ich habe es nicht gespielt. Max, keine Caps, ne? Wollte ich nur mal sagen. Kannst du Ennis grüßen? Ennis! Die Pump in COD. Fünf Kills ohne zu sterben ist Hölle. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Äh, ich habe einige Fragen. Gut, aber fasse dich kurz. Wusstest du, dass Anakin und Luke ihr Abenteuer auf Tatooine beginnt? Ja, wusste ich tatsächlich. Mhm. Das wusste ich tatsächlich. Ähm. Bist der beste, danke. Oh. M&Ms. Ich habe gar keine M&Ms da. Ich habe... Oh nein. Ich habe so, so... Granapadano Würfel da. Also so... Parmesan Würfel. Habe ich jetzt noch einen Würfel da. Monster Hunter? Ne, ich habe keine Wii U. Und DS kann ich nicht aufnehmen. Star Wars 7 habe ich geschaut. Ja. Wo würde ich Urlaub machen? Ich würde sehr gerne mal Urlaub... ...wieder in Italien machen. Ja. In Italien. Vielleicht mal Frankreich. Ich war noch nie in Frankreich. Oder Spanien. Aber nicht so Mallorca, sondern wirklich so... Barcelona oder Madrid. Weiß nicht. Oder auch Innerdeutschlands. Oder Skiurlaub. Naja. So. Süß oder salzig? Äh, Popcorn süß. Und... Die Brezen habe ich dann doch lieber salzig. Grüße, Benedikt. Oh Mann. Kylo oder Vader. Ich mag Vader lieber. Wer ist mein Lieblings-Let's Player? Ähm... Ich weiß nicht. Also momentan schaue ich viel Gronkh. Und KSI. Ja. Ja. So. Ich glaube, ich sollte mal mit dem Spiel weitermachen. Ansonsten, ja. Äh. Wisst ihr was über eine Sternenkarte? Warum fragst du mich das? Hm? Sag nichts. Ich wusste, dass du nur deshalb hier bist. Die Jedi kümmern sich für gewöhnlich nicht um die Probleme der Wookies. Nein, du bist wegen der Karte hier. Äh. Wenn ihr über Informationen verfügt, teilt sie mir bitte mit. Kashyyyk ist ein interessanter Ort, auch wenn es nicht den Anschein macht. Wenn das die Cherka Corporation wüsste, wäre der Planet längst eine Mine. Es gibt eine Legende, dass die Wookies nicht immer hier waren. Aber es ist mehr als das. Die Bäume selbst sind Fremde. Tim, Ghost. Gute Besserung. Wie habe ich mich als Kind benommen? Ich war ruhig Fremden gegenüber. Laut. Leuten gegenüber, die ich kannten. Ähm. Und Melonen mag ich. Oh, Wassermelonen. Oh, ich liebe Wassermelonen. Was ist passiert? Bis jetzt noch nicht viel. Also seit dem Beginn von den Livestreams schon sehr viel, aber bis jetzt heute nicht so viel. Ich bin ein bisschen gelaufen, habe ein bisschen geredet. Und das war's. Äh. Ich will dir erklären, dass sie buchstäblich Mauern sind, die dir den Weg versperren. Ohne meine Hilfe kommst du nicht weit. Und meine Hilfe hat ihren Preis. Du musst mir einen Gefallenen tun. Anschließend komme ich mit dir und räume ein paar Hindernisse aus dem Weg. Hund oder Katze? Katze. Ich habe 2013 mit YouTube angefangen. Und es gibt keinen Imperator in Episode 7, sondern bloß einen, ähm. Oh, wie heißt der jetzt? Snoke? Aber wie war sein Titel? Ähm. Wie war sein Titel? Oh mein, ich habe den Titel von Snoke vergessen. Verdammt. Egal. Äh. Wie lange mache ich Videos? Ich weiß es nicht. Der Stream geht bis 20 Uhr voraussichtlich. So, es wäre mir eine Ehre, jemandem zu helfen, der so erfahren ist wie ihr. Spar dir das. Ich weiß, das klingt absurd, aber ich bin alt und will dir ein bisschen helfen. Abgesehen davon ist der Test ziemlich einfach. Ich hatte meine Ruhe, seit diese Charka-Bastarde in die Schattenlande eingedrungen sind. Bis vor kurzem. Einige Wilderer haben ganz in der Nähe ihr Lager aufgeschlagen. Ich will, dass sie von hier verschwinden. Ähm. Warum kümmert es euch, ob sie hier sind? Um wie viele Männer handelt es sich? Das frage ich mal. Sie sind nordöstlich von hier. Soweit ich weiß, sind sie normalerweise zu fünft. Ihr Anführer ist der allerschlimmste. Der Kerl hat meinen Garten verwüstet. Unglaublich. Hm. Ähm. Ich kenne Chaos Flo und Arasul beide nicht. Supreme Leader Snog. Danke. Danke, Soran. Hm. Ähm. Assassin's Creed Revolution kenne ich nicht. Ich kenne bloß Revelation. Und das fand ich okay. Hat Rogue One etwas mit Star Wars 1 bis 7 zu tun? Ja. Hat es. Er spielt ein Jahr ein Jahr oder sogar nur ein paar Monate vor Episode 4. Rogue One spielt ein paar Monate vor Episode 4. Und geht um die, ähm, die Kopfgeldjäger, die die Pläne für den Todesstern geklaut haben. Hm. Dann kommt das 16k-Special. Kommt keins. Das 3 Jahre Special war sozusagen verfrühtes 16k-Special. Irgendwie. Äh. 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 Grüße, CvN-Fan. Welches Lied mag ich am liebsten? Ähm. Viele. So. Night of Thrones. Was? Äh. Boba oder Django? Boba. Star Wars 7 war super. Warum möchtet ihr euch mich anschließen? Du hast doch sicher ein Schiff. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Reicht das nicht? Ich will hier weg. Vielleicht erfahre ich durch dich etwas Neues. Man kann nie wissen. Okay. Warum kümmert es euch, ob sie hier sind? Sie respektieren diesen Ort nicht. Sie töten wilde Tiere und rotten ganze Arten aus. Das ertrage ich nicht. Die Wookies können sich selbst verteidigen, aber die Tiere. Sie sind hilflose Opfer. Hilflose Opfer? Äh, Opfer. Opfer. Ähm. Ja. Äh. Nun gut, ich werde versuchen, etwas aus dieser bescheidenen Aufgabe zu lernen. Oh, bitte. Ich weiß, dass dich der Auftrag nicht fordert, aber dennoch. Du musst die Aufgabe erst einmal erfüllen. Ihr Lager ist nordöstlich von hier. Und noch etwas. Wenn ich sie töten wollte, hätte ich es längst getan. Finde eine bessere Lösung. Ähm. Okay. Ich werde mich darum kümmern. Gut. Bis später. Ich bin gespannt, wie du dich schlägst. Hm. Wie fand ich die Schule? Ich fand die Schule nice. Und vor allem Mathe fand ich richtig nice. Weil ich bin, ich bin und war sehr, sehr gut in Mathe. Hm. Ghost, glaub mir. Eines Tages willst du wieder in die Schule. Das ist, das ist nicht nur so Gesage. Das ist nicht nur so Gesage. Äh. Schule ist was Schönes. Oh, oh. Ein Bull-Katan. Katan. Also ein Bulle. Halt ein Haupt-Katan. So. Wawawap. Wawawap. Oh. Okay. Yay. He dead. Okay. Diana. So. Äh. Ich schau mal in mein. Jole ist bitte. Jole will ich begleiten, um eigene, einige Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Zuerst musst du allerdings einige, circa wieder nordöstlich. 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 Nord. Also hier. Da. Okay. Gadit. Wir müssen da vorne rechts. Wie geht's? Mir geht's gut, Samantha. Wie geht's dir? Oder Samantha. Ich glaub eher Samantha. Da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Weitem. Na komm. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Na komm, greif an. Greif an. Warte, bin ich. Zwei. Egal. 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 Ob ich Star Wars Rebels gucke? Ja, ich gucke Star Wars Rebels. Sogar sehr, sehr gerne. Ein toter Wookie. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Ein Sklavenvertrag. Der vermisste Buki. Du hast in den Schattenlanden die Leichen des Vermissten gefunden. Neben der Leiche lag ein Datapad. Roar Roar hatte kurz vor seinem Tod die Sklavenhändlern, mit Sklavenhändlern gekämpft und ein Behälter für Bokaster Bolzen. Letzterer gehört vermutlich seinem Mörder. Was ich heute noch mache. Ich streame jetzt und danach mache ich anderes. Greif doch an. Raylina, komm schon. Ich kenne Five Nights at Freddy's, ja. Durchaus. Tag. Nein. Ich will mit dir reden, Tag. 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 Okay. Bye. Ich bin ein richtiger Gangster. Ich war gut in Mathe. Oh ja. Okay. Ich würde gerne mit euch reden.